So, da sind wir wieder. Sturmsoldat, es ist noch nicht alles nachgeladen. Die Runde ist, ja, läuft ganz gut. Mal gucken. 10. Die Richtung, die Richtung, die Richtung. 5.5. 5.5. 6.5. 7.5. 7.5. 7.5. 50 Kills brauche ich heute noch. Da ist einer gestorben. Na dann. Hm, auf der Insel hier geht ja immer mächtig die Post ab. Kurz den Ingame-Sound lauter machen. Neben mir sitzt meine Freundin, die gerade kein 1-4-1 von sich gibt. Bist du im Gegnethem? Ja. Hast du wieder Auto-Battern dran? Äh, ich hab alles ausgemacht. Bisher gesagt, es ist alles ausgewiesen, automatisch. Hier lag doch immer irgendwas rum. Ah, die Bruder ist. Sehr schön. Irgendwas vollautomatisch geht da vorne rum. Da ist ein Scharfschütze. Da gebe ich dem hier den Malte-Roten auf Rückendeckung. Okay, dann mache ich das hier. Ich kümmere mich um eventuelle Anwesende hier. Ah, da ist doch ein Remot. Na, 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 na. HB gehört uns. War eigentlich gerade eben einer rumfahren. Das ist das Squad-Mitglied, das hört sich aber nicht gut an. Naja, bei ein paar Mitgliedern ist das auch kein Wunder. Ups. Vielleicht sollte ich da zu dem Gerät hier wechseln. Autsch. Hey, die E-Schein hier ist. Na, ha! Was ist das? Hat er den? der schießt doch tatsächlich immer doch meine Leute naja immerhin einer Da habe ich nicht mehr viel Munition und auch nicht mehr viel Leben. Keine Angst, wenn ich sterbe, dann sorge ich dafür, dass ich in dein Ding komme. Bleiben wir sehen. So grundsätzlich nicht oder weil hier irgendwie eine Ungleichheit besteht? Oh, da habe ich mal kurz geruttet. Hab ja immer noch alles in Ordnung, aber da liegen irgendwelche Minen. Die sollten da nicht sein. Die kriegen die Minen hier immer noch. Ach, die wollen das raus, aber da schießt ein Brot auf uns. Was irgendwie nicht so cool ist. Da kann ich irgendwie nicht viel machen. Woops. Feuerschutzhilfe, sehr gut. Einen aus dem Ding geschossen. Oh, da gehen wir die Munition aus. Das ist echt schade, dass du nicht in meinem Team bist, weil ich könnte jetzt etwas Munition bekommen. Oh, da ist ein. Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß es gerade nicht. Ah, da ist Munition. Der hat gut getroffen, muss man sagen. Und da kann ich mal kurz weiter gehen. Da ist eine Welle. Ich? Ja. Boah, ich weiß. Also, ich weiß nicht. Ich bin halt nicht ein einziges Mal gestorben. Und die anderen haben sich halt einfach abballern lassen. Äh, jetzt müssen es 11.0 sein. Jep. 12.0 Oh, steht noch einer. Na, dann schießen wir es noch hin, ne? Das Boot da ist noch gut und weiß, ist es ungespult. Das heißt, wenn ich ignoriert werde... Habe ich mir Chancen, ne? Da vorne ist einer. In die Map. Oh, ist da mehr? Nein, jetzt ist... Bei mir gespawnt und mit... Jetzt abbaut. Oh, sehr gut. Jemand, der Munition hinschmeißt. Ja, ich habe es noch ein Stückchen weiter weg. Ah, nur E gehört uns nicht. Ah, ich kann mich dann schon weiter weg finden. Achso, okay. Dazu muss ich zu mir kommen. Äh, dazu müsste ich sterben. Und irgendwie habe ich gerade nicht so das Bedürfnis nach dem Tod. Das Leben ist irgendwie gerade so schön. Äh, ja, du standest halt so schön da gerade rum. Ups. Da schießt irgendjemand auf meine Leute. Das kann ich so nicht unterstützen. Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja noch nicht so schön. Nö. Ich sag ja... Das Leben ist gerade so schön. Dazu müsstest du ein Mikrofon angeschlossen haben. Oh, jetzt bin ich mal gestorben. Ja, gestorben. Ja. Na, die wir probieren jetzt. Na, dann bleib halt drinnen. Ich bin wenigstens einer von uns. Wir sind ein Mikrofon, wir haben einen Objektiv-Rund. Wir sind ein Mikrofon, wir haben einen Objektiv-Rund. Doppelte Feuerschutz-Hilfe. Ja, ich hab dich gedöntet. Jo. Dafür habe ich noch zwei von deinen Kumpels mitgenommen. Ja. 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 Ich war zweitletzter in meinem Team und trotzdem... ... ... Vielen Dank.